Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Habt ihr eben das... Ah! Scheiße, hab ich mich erschrocken. Oh. Das war die Puppe, ne? Das war die Puppe. Oh, dicker. Ach, das bin ich? Ah, ist ja cool. Das bin ich, ja. So, Dragon Hill. So, From the Darkness hab ich mir eben geholt. Ähm, ja, hab mir das runtergeladen. Und jetzt wollen wir das gleich mal anspielen. Ich kenn das Spiel überhaupt nicht. Ne, überhaupt nicht. Ist am 30. März 2021 erschienen. Und hat eigentlich sehr viele positive Kritiken bekommen. In diesem kurzen Zeitraum. Und deswegen hab ich gesagt, Mensch, das ist genau meine Wellenlänge. Ähm, jeder weiß, dass ich Horrorgames liebe. Und, ähm, ja. Heute hatte ich ein, zwei Taler hinüber. Und dann konnte ich da auch nochmal zuschlagen. So. Ähm, alles am Start. Mein Salat und alles ist ready. Und wir können jetzt eigentlich ganz easy rüberschalten. So hoffe ich nur, dass das gleich alles funktioniert. Ähm, nee, es funktioniert noch nicht, weil ich muss erstmal auf das Spiel ja gehen, ne? So, und dann sollte jetzt das eigentlich gleich kommen. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal. Wir kommen jetzt irgendwie, ne? In ein Haus rein. Wo mein Opa oder sowas gelebt hat. Der verstorben ist. Ähm, wenn ich jetzt die Geschichte... Oder warte mal, wir können ja... Wir können doch... Das müsste doch eigentlich auf Steam auch stehen. Warte mal. Kann ich das jetzt irgendwie umschalten? Auf Steam nochmal? Dann kann ich das doch lesen, was da drinne steht. Ja, steht aber auch nicht viel. Oder? Doch, da. Äh, Walk in Plaza... Ne, das ist nicht Apartment. Ja, genau. Mein Großvater. Äh, der... Mein verschobener Großvater. Ja, so. Das heißt also, hier beginnen viele strange Sachen. Okay. Gut. Dann wissen wir das ja schon mal. Und, ähm, dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal das an. So. Ähm. Ich muss gleich nochmal schauen, ob ich jetzt das irgendwie gleich woanders hinsetze. Wir machen ein neues Game. Ne, wir brauchen eigentlich nur Play drücken, oder? Ah, okay. Ja. So, von der Position her kann ich eigentlich bleiben, würde ich sagen. Ähm. Ich will mal kurz noch ein bisschen... Hier... Bisschen ein paar nette ASMR-Geräusche. So. Also. Ne? Zum Wohle, oder ich weiß gar nicht, Schirst, ne? Schirst. Okay. So. Ähm. Hier können wir nicht... So, das ist jetzt im Prinzip unser Start. Was passiert jetzt? Wir kommen hier hoch. Objekt get into the... Also, wir machen mal... Objekt... Äh, Objekt... Ja, blub. 64. Das Apartment. Aber hier, das ist unser Briefkasten. Aber hier ist nichts, oder? Kann ich hier noch eine Tür aufmachen? Ne? Auch nicht. Der Left ist auch... Wollen wir mal... Ach, hier wieder Russisch. Ich sag ja Russisch. Plus 81. Äh, ja. Und jetzt verstehe ich natürlich wahnsinnig viel. Ich brauche eine russische Freundin. Ähm. Help for find a person. Okay. Was steht denn hier? Äh. 2006. 16-Jährig? Ne, 15-Jährig. Left turn and did not return. Also, zu Hause verlassen und nicht zurückgekommen. 1,72 Meter groß. Short dark. Herr. Also dunkle... Kurze Haare, braun Eis. Was wearing white T-Shirt and red short and red sneakers. Also er hatte, ähm... Rote Turnschuhe, äh... Weißes T-Shirt und rote Shorts an. Okay, dann gehen wir mal hoch. Kann man hier... Oh, ist aber dunkel, ne? Hier ist nichts. Okay. Und jetzt... Es ist ja eigentlich eine passende Zeit zur Geisterstunde, ne? Hier ist auch nichts. So, das heißt, wir gehen weiter nach oben. Aber es ist aber auch dunkel. Es ist wirklich dunkel. Habe ich Taschenlampe oder sowas eigentlich? Ne, habe ich nicht. Jetzt geht schon das Licht aus. Ja, das sind genau die Augenblicke, die ich liebe. Die ich richtig feiere. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das feiere ich schon. Das sind so die Augenblicke. Licht aus, an, aus, an. Das turnt mich an. Wenn jetzt eine Fratze kommt, dann bin ich auch am Weglaufen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mit einem Mädel hochgehen würde, das Mädel müsste zuerst nach oben laufen. Ich wäre, glaube ich, nicht der Held, oder? Ich weiß es gar nicht. Oh, jetzt ist es aber hier richtig dunkel. Oh, was ist das? Ach, das ist ein Fahrstuhl. Das ist, ähm, ja, genau, Fahrstuhl. Äh, der, weshalb das unten nicht ging. Ja, fängt schon mal sehr cool an. Von der Atmosphäre. Ja. Kann ich hier rein? Oh, was war das? Habe ich jetzt sechster Stock? Habe ich jetzt was Falsches gemacht? Das ist 63. Ah. 64 sollen wir, ne? Nur mal so am Rande. Ah, ich kann ja klopfen. Ha, cool. Wollen wir, da ist was. Äh, dir. Neighbors, if you don't drop making noise at night, we will call the police. Also, keine Geräusche machen in der Nacht. Ansonsten würden die die Polizei rufen. Ah, das war auch jetzt nicht unser Apartment, oder? Äh, wir sind wir hier eingesperrt. Das ist aber, der has long been at loaned. Also, das ist seit langem verlassen. Äh, hier ist ein Schlüssel. Den habe ich komischerweise gleich gesehen, obwohl ich ja in solchen Sachen nicht so oft so helle bin. Aber, äh, 63. 63, 63, 64. Ah, okay. Äh, dann ist es das Apartment, ne? Da haben wir hier irgendwie einen Lichtschalter. No electric. No electric. Kann ich hier irgendwie... Electric. Das ist doch ein elektrischer Kasten oder sowas. Oh. Ja, cool. Den Schlüssel können wir gleich nutzen. Und jetzt muss ich hier garantiert irgendwelche Sicherungen hochlegen. Rot sind immer Hauptschalter. Das habe ich irgendwie schon gelernt. Das ist ja das Coole. In China brauchst du dich ja um solche Sachen gar nicht kümmern. Das machen die alle vom Haus her. Äh, deswegen habe ich mit solchen Sachen nie was zu tun gehabt. Oh, da haben wir geklopft. So geht jetzt Licht. Ja. Ey, wir haben jetzt Licht hier. Also das ist jetzt das richtige Apartment, wenn ich das jetzt verstanden habe, ne? Da, wo wir ja auch hin sollten. Ich hätte, ja, 63, 64. Okay, wurden bundlos auch so. Wird das ja so sein, ne? Kann ich hier was aufmachen? Äh, das ist aber schon wieder Tapete halb runtergekommen. Das sieht ja fast wie bei uns aus hier. Äh. Kann ich hier was... Ey, das sind... Der ist doch schon lange tot, denke ich. Wieso liegen hier noch solche Sachen da? Das sieht doch aus wie eine halbe Wurst oder so. Na toll. Ich klicke hier nur mal so ein paar Sachen an. Hier kann ich nichts aufmachen. Und das kann ich auch nicht annehmen. Das ist jetzt... Hier hängt noch eine Jacke von ihm. Oh, das ist aber krass. Da draußen war ja nichts weiter, ne? Ne. Und gehen wir mal hier rein in die... Hier ist das Glas zerschlagen. Oh, voll dunkel. Wieder eine Wohnung direkt an der Bahn. Da ist ein Lichtschalter. Ein Wandteppich. Ey, das habe ich nur bei pakistanischen Leuten gesehen, die so Wandteppich an die Wand gemacht haben, weil die wahnsinnig wertvoll waren. Damit man da nicht drauf rumläuft. Das ist für mich so ein Teppich. Der gehört einfach auf den Boden, nicht an die Wand. So. Dann haben wir hier diese typische russische Einrichtung. Ey, Fernseher. TV not working. Okay. Irgendwie noch hier was? Ne, ne? So eine alte... Das ist so... Was ist das? Wer ist das? Sieht so Richtung Stalin oder so. Aus, ne? Würde ich sagen. Eine Uhr. Eine alte. Hier sind... Ein Lichtschalter. Kann ich hier den Schrank aufmachen? Nein. Aber es ist so eine richtig typische alte Oma-Wohnung. Das hört sich nach Badezimmer hier an. Kann ich hier irgendwie Licht machen? Too dark. Ja, klar. Äh, lass uns da mal raus. Ich weiß ja, dass das ein Horrorgame ist. Deswegen will ich da erst gar nicht rein ins Dunkle. Wenn mir da jetzt was entgegengeschossen kommt, dann... Ja, genau, diese Geräusche, die liebe ich. Aber da können wir nicht rein, oder? Ne. Ja, cool. Wir sind gerade am Anfang des Games und dann kommen schon solche Geräusche. Das sind die Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Ich wollte eigentlich jetzt so ein relaxtes Wochenende hier eingehen. Ja, das bin ich garantiert als Baby oder so, ne? Die Tür ist verschlossen. Kann ich hier noch was? Äh, ist eben gerade noch Licht kaputt gegangen. Wenn da jetzt Licht kaputt gegangen ist, dann müssen wir ja irgendwie so eine Lampe finden, ne? F habe ich keine Taschenlampe oder so, ne? Ich teste das gerade hier mal an. Aber nein. Ich glaube, ich möchte... Ich weiß nicht, ob ich das schon bereue, dass ich hier... Ach, guck mal, da ist jetzt Licht. Was haben wir denn hier drin jetzt? Ach, guck mal. Schönes, altes Badezimmer. Richtig verwarzt. Da hätte ich jetzt überhaupt keine Lust, mir die Hände zu waschen, geschweige denn noch ein Bad zu nehmen. Da ist mir der Appetit schon völlig vergangen. Ähm, so, warte mal. Das... Da ist nichts, ne? Da war jetzt nichts, oder? Ne. So, machen wir die Tür mal wieder zu. Ey, jetzt wird das aber auch hier... So, wir haben aber hier noch nicht. Wir brauchen irgendwie eine... Wir hatten eben hier das Licht, ne? Das war auch an... Ach, ich will jetzt hier schon um die Ecke. Also, das heißt, wenn der Schalt auch reingedrückt ist, oben nach oben, also oben reingedrückt, dann ist es an. Cool. Ja. Ähm... So, okay, was haben wir hier? Doch, Stand 4... Also hier, die Tür ist verschlossen, da fehlt uns ne Dings. Und hier kommen wir auch nicht rein. Und hier kommen wir auch nicht rein. Too dark. Da will ich erst gar nicht rein. Jetzt bin ich tot, oder was? Wir gehen erst mal hier zum Licht. Hier ist das erst mal sicher. So, warum ist jetzt hier alles aus? Ja, ne, ne, ja, okay. Call the police. Kann ich jetzt hier irgendwie... Hier war ein Lichtschalter, ne? No electric. Das heißt, wir müssen die Elektrik wieder... Ah. So, das heißt, wir müssen garantiert jetzt öfters hier zur Elektrik hinlaufen. Ah, also wirklich ne richtig verhunzte Bude. Hier waren wir auch noch... Mal hier. Die Tür war doch eben verschlossen. Die war doch eben verschlossen, oder nicht? Da konnte... Da hatte ich doch tausendmal dran probiert, das... Die aufzumachen. Missing Part. Ach, du grause grüne Scheiße. Wo finde ich ihn? Hier ist ein Schlüssel. Die Schlüssel, die sind ja sehr gut angebracht, sogar, dass ich sie finde. Aber für wo ist denn jetzt der Schlüssel? Ich habe jetzt einen Schlüssel, aber man weiß gar nicht, wofür. Äh, hier geht ich jetzt hier? Ne. Kann ich hier jetzt... Da fehlt ein Part. Der ist aber auch hier nicht, ne? Ey, wir müssen jetzt irgendwie so einen Werkzeugkasten finden. Ah, was ist hier? Too dark. Und wenn ich da reingehe, merkst du das immer. Da bin ich sofort irgendwie so, keine Ahnung, so, ähm... Na, so, 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 äh... Angetrönt. Genau, angetrönt. Das ist das richtige... Mmh... Ich liebe Salat. Richtige Wort dafür. Hm. Hier kann ich auch keine Schränke aufmachen, ne? Dass ich hier irgendwie was finde oder so. Bild kann ich auch nicht nehmen. Fenster eingeschlagen. Aber hier ist ne Zange. Oh, das geht schon wieder los. 100 pro. Hier ist auch kein Teil oder so. Da macht auch keine auf. In der Küche irgendwie noch was? Dass hier noch was ist? Hm. Müssen ja irgendwo garantiert Schubfächer oder Schränke sein, wo wir was finden. Kann natürlich sein, dass wir jetzt das noch nicht finden, sondern erst später oder so, ne? Das kann natürlich wieder so sein. Weil auch hier Bilder rumliegen, die man nicht anfassen kann. Aber 100 pro nachher können wir die anfassen. So, wir können immer noch nicht raus, ne? Ne, wir sind hier festgefangen. Haben wir hier noch was? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Feed-It-Spinner. Mr. American oder so. Ähm. Okay. Oh. Es fängt schon wieder an, ne? Da möchte ich nicht rein. Haben wir hier noch was? Irgendwie, wir müssen. Da muss irgendwo doch so ein komisches Teil sein, was wir nutzen können. Aber hier ist nichts. So, dann machen wir erstmal Elektrik wieder. Erstmal die Tür zu. Und Elektrik aus, damit wir. Und hier ist Dark. Ne, da darf ich auch nicht rein. Es ist echt die Frage, wo muss ich hin? Hm. Da haben wir ein... Habe ich hier irgendwie was? Hier hat man mir... Oh! Da erschrecke ich mich schon beinahe. Das ist ja auch wieder so ein Mist da, ne? Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir hier? Ne, können wir nicht auch. Da ist nichts, was wir gebrauchen können, oder? Sonst würde ich das ja irgendwie nehmen. Ah! Guck dir das an. Was ist jetzt denn los? Äh, warte mal, da ist ein Schloss. Ey, wie wird das? Och. Wie mache ich das? Grün? Aber ich kann das auch nicht richtig entziffern. Das ist echt so dunkel. Ne, ich kann da auch nichts machen. Da sind wir scheinbar auf eine Sache gestoßen, die jetzt schon... Wo wir einfach einen Schritt zu weit sind, oder so, ne? Oder kann ich da... Ne. Ne. Ich bin jetzt unterm Bett gelandet. Okay. Also das heißt, ich kann mich auch verstecken vor was. Also wenn das schon die Möglichkeit ist, dann wissen wir ja schon mal, ne? Dass was kommt. So kann man das ja auch, ne? Immer von zwei Seiten kann man sich das anschauen. Und jetzt wissen wir, dass das Böse irgendwie auf dem Wege ist, ne? Ähm... Jetzt haben wir natürlich hier immer noch ein Missing Part. Und jetzt... Einfach hier mal reingehen. Ne. Keine Chance. Können wir hier noch irgendwie... Guck mal, das war da ja auch, ne? Aber er kann hier nichts machen. Ich weiß, wie das aussieht. Als ob da einer steht. Äh, mit den Schuhen da. Als ob da einer steht. Ja, das ist krass. Ähm... So, hier. Es muss ja irgendwo hier noch was sein. Wir müssen irgendwie ja noch was finden, was wir benutzen können. So, die Schränke lassen sich auch nicht öffnen. So, wir haben den Kühlschrank aufgemacht. Könnt ihr ja nicht wieder schließen? Ja, können wir auch wieder schließen. Okay. Ähm... Irgendwas. Vielleicht muss ich doch hier nochmal klopfen. Das kann ich aber auch nicht mehr klopfen, ne? Hier komme ich auch nicht raus. Ich bin echt hier... Haben wir da oben irgendwie was? Ne, das ist das Schloss, ne? Wir brauchen eine... Nichtsicherung, sondern hier so ein Teil, damit wir hier das Licht machen können. Kann ich nie woanders... Hier... Ne, hier kann ich nichts machen. Na ja, es ist ja irgendwie heavy, ne? Ähm... Da stöhnt einer. Hier war... Also... Küche... Also, wir gehen das nochmal durch. Wir haben hier Wohnzimmer. So, hier ist eine kaputte Scheibe. Die Tür kann ich auch nicht schließen. Licht kann ich ein- und ausschalten. Die Tür lässt sich nicht weiter öffnen. Dann habe ich hier ein Bügelbrett. Ein Roman. Dann habe ich hier eine Zange, die kann ich aber nicht nehmen. Kann zwar ranscrollen, wie ich es gerade festgestellt habe, aber das war es auch schon. Oder kann ich hier irgendwie nehmen? Ne. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen geklickt. Nein. Das heißt, wir können uns die Bilder ein bisschen anschauen. Hey, das... Genau solche Bilder habe ich auch in Schwarz-Weiß von mir. Es ist genau meine Altersgruppe. Ähm... Da oben kommen wir nicht ran. Hier kommen wir auch nicht. So, das ist eine alte Fernbedienung von so einem Kastenfernseher. Und das war's. So, hier an der Jacke irgendwie noch was? Nein. Habe ich hier noch eine Tür? Richtig. Habe ich eine... Eine Kammer. Guck. Und jetzt haben wir hier auch ein... Ein Teil von... Kann ich noch was? Closed. Also wir haben jetzt zufällig mit dem Schlüssel, was wir gefunden hatten, haben wir die Tür geöffnet. Okay, wir sind einen Schritt weiter. Lass mich durch hier. Husch. Tür zu. Ähm... Wo waren das jetzt hier? Nee. Das war hier, ne? Oder... Oh, jetzt geht das Licht hier aus. Hier ist doch alles an. So, jetzt war ich hier, ne? Hä? Die Tür ist wieder zu. Die Tür ist... Jetzt habe ich einen Lichtschalter und die Tür ist wieder zu. Oh, jetzt bin ich hier voll im Dunkeln. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Habt ihr eben das gehört? Ah! Scheiße, hab ich mich erschrocken. Oh! Das war die Puppe, ne? Das war die Puppe. Oh, Dicker! Ach, das bin ich? Ah, ich sehe ja cool. Das bin ich, ja. Ich habe mich jetzt gerade erst mal gesehen. Und du scheiß Puppe hast mich eben erschrocken. Ah, die sieht ja auch hässlich aus. Oh, Dicker! Hab ich mich eben echt... Das gibt's doch gar nicht. Das hasse ich an diesen Spielen irgendwie. So, haben wir hier jetzt noch was drin, was wir gebrauchen können? Nein, haben wir nicht. Kann ich hier Musik anmachen? Auch nicht. Musik hilft ja normalerweise, ne? In vielen Situationen. So, was haben wir jetzt hier für eine Heini? Äh, du bist eine... Ja, ich sag mal, so eine Art Porzellanpuppe, die garantiert, ne? Früher hat man Porzellanpuppen gehabt. Ich habe immer noch diesen Schreck in mir drin, oder? Album. Was ist das denn? Hä? Get Out. Ach, das ist ein Käfer? Der hat einen Käfer gesammelt. Get Out. Naja. Ich liebe ihm das Seine, ne? Ich sehe aber schon irgendwie... Cool, mit Lederjacke und allem Drohnen dran. Zumindest nicht dick, ne? Ey, ich habe richtig abgenommen. Guckt mal. Ja. Ähm. So. Ah. Ich kann Gitarre hier anspielen. Aber mehr passiert auch nicht. Der ist hässlich. Der ist so hässlich wie die Nacht. Selten so eine hässliche Puppe gesehen. Und dann auch noch so einen Mund auf, als ob er schreien tut. So, was haben wir jetzt hier? Komm, nicht jetzt hier. Das nächste. Wollen wir mal, da war doch vorne die Kammer. Wo war denn jetzt die Kammer? Der Fernseher ist jetzt an. Was war das denn eben? Warte mal, warte mal, warte mal nochmal. Wir gehen nochmal raus. Als ob der nicht wollte, dass wir hier zu diesem... Tür gehen, ne? Lass uns da nochmal reingucken. Was wir sonst noch hier finden können. So, wir brauchen noch eine Lampe oder so. Aber ich kann hier nichts weitermachen. Close, 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 close. Ne, hier ist nichts. Okay. So, was könnten wir jetzt machen? Wir haben eben... Der Fernseher war vorher ja ausgeschaltet. Kann ich die Fernbedienung nehmen? Nein. Und das zieht hier auch rein, weil das Fenster kaputt ist. Das ist nicht schön. So, hier unten kann ich auch nichts machen. Komischerweise, ich check immer doppelt und dreifach. In den Raum kann ich jetzt überhaupt nicht rein. Huh? Get out. Wie kann ich ihn... Oh. Ja? 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 Ist das hier drin, ne? Habt ihr das gehört? Habt ihr gehört, ne? Wollen wir mal? Kann ich irgendwie das Wasser irgendwie abstellen? Nein. Too dark. Ja, das merke ich. Es ist wirklich zu dunkel. Oh, was machen wir denn jetzt? Licht? Ja, das ist an, aus. So, und jetzt müssten wir... Hä? Der guckt, als ob der gerade gestorben ist, doch. Get out. Das stand eben auch schon... Ich hab eben Geräusche gehört. Gott. Kann ich hier rein? Nee, ich kann da nicht rein. Was ist da denn jetzt? Das lag doch da vorhin noch nicht, oder? Kann ich irgendwie in die Knie gehen oder so? Nee. Kann nur so rangucken. Da ist nichts. Aber die Tür liegt jetzt auf dem Boden direkt vor mir. Von oben ist die ja nicht, oder? Nee. Was ist das? Wir haben doch ein Buch genommen. Wie komme ich da ran? Komme ich da irgendwie ran, oder so? Ich gucke hier gerade nach Tasten. Nee. Ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zu öffnen, oder so. Guck dir das an. Ich gucke dir das an. Die Tür ist zugemauert. Unser Eingang ist zugemauert. Hier sind wir reingekommen. Warte mal. Hört ihr das? Ja. Links darf man hier nicht reinschreiben. Ja, das ist richtig. Ja, kann ich mir nachher anschauen. Hey, was mache ich denn jetzt hier? Wenn ich den schalte, dann sind die Geräusche weg. Krass. Wenn ich jetzt hier reingehe. Nee, warte mal. Wir brauchen Licht. Warte mal. Warte mal. Also hier kommen wir nicht mehr raus. Oh, ich kriege schon einen Schluck auf von dem Game, du. Es ist die Tür zu, ne? Oh, shit. Was ist denn jetzt los? Ich nehme mein Licht an, erst mal. Es geht da irgendwie noch ein Telefon oder Klingel oder sowas. Nee, das war nicht hier. Hier ist alles zu. Wir kommen hier nicht mehr raus. Boah, jetzt ist hier alles dunkel. Shift to, warte mal. Shift to run. Warum soll ich denn jetzt rennen? Shift zu, äh, zu mal laufen. Ja, ich kann aber gar nicht laufen so schnell. Oh. Das ist doch schon. Wer geht freiwillig in so eine Tür hinein? Können wir uns irgendwie verstecken oder sowas? Aber die geht auch nicht auf, ne? Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr weg hier, oder was? Hier sterbe ich, oder was? Kann ich rückwärts laufen? Nein. Oh, jetzt wird es aber krass hier. So richtig im Blut überschmiert. Mal hier warten wir jetzt. Ich mach nichts, ne? Ich mach nichts. Guck, ich guck hier in die Richtung. Der Lichtschalter geht von alleine. Der Lichtschalter geht komplett von alleine. Was passiert, wenn ich erst darauf klicke? Gar nichts. Und jetzt? Guck mal auf die Augen. von einer Puppe. Guckt euch das an. Die Puppe, die Augen, die verfolgen mich hier. Oder? Nein, doch nicht, oder? Warte mal. Doch! Guck mal, wenn ich jetzt rangehe, dann guckt ihr nach oben. Was mache ich jetzt? Kann ich hier irgendwas mit der Puppe agieren? Nein. Ja. Süß. Boah. Hä? Oh. Schau da. Mir wird jetzt echt richtig kalt. Können wir hier noch was machen? Nein. Können wir hier was machen? Auch nicht. Ach, ich mag die Puppe nicht. Sorry. Die Puppe ist mir... Ah! Fick mich an! Was war das? Ey, der macht einer jetzt gerade... Was ist da? Nur noch der eine Raum, wo wir Licht haben, oder was? Ey! Küche. Auch nicht. Guck mal, hier ist auch der Schraubenzieher mit... Oh, wie mache ich das denn jetzt? Am... Abwarten hier, ne? Abwarten und Tee trinken, würde ich jetzt sagen. Ja, erst mal Hallöchen. Ähm... Ähm... Clip, ähm... Clip erstellt. Ähm... Lüftern. Ja, ähm... Ich weiß nicht. Also, momentan sind alle Lichter aus. Es sind alle Lichter aus. Warte mal, ich muss das mir mal ganz kurz... Vom Sound her ist das ja so, glaube ich, alles okay. Dann ist es für mich besser, für mich zu sehen. Ähm... Ich sehe jetzt auch keinen Lichtschalter. Hier war die Küche. Ey, da ist einer. Hilfe! Wie kann ich... Kann ich hier einen Lichtschalter irgendwie anmachen? Ne, hier ist kein Lichtschalter. Da ist einer. Da habe ich eben einen Schatten gesehen. Und der kommt auf mich zu, oder? Der... Der bewegt sich doch. Ah, Klos. Kann ich da hinlaufen? Ne, ich kann nirgendwo hinlaufen. Was muss ich denn jetzt machen? Äh, was kann ich denn jetzt hier machen? Soll ich mit ihm kämpfen, oder was? Wieso will ich auch keine Chance haben? Ja, jemand muss auch ein Lichtschalter gewesen sein. Ich tippe hier gerade alles ab. Kann ich hier hinlaufen? Und hier muss halt der Ausgang sein. Wo normalerweise die ganzen... Ja, jetzt haben wir wieder Küche-Licht. Erstmal hier in die Küche rein. Ah, es ist hier unten am Herd. Was ist das denn jetzt? Was... Oh... Was sind das denn jetzt für Zeichen? Die begreife ich ja überhaupt nicht. Ist da noch irgendwie was? Nein. Kann ich da irgendwie die alten Dinger irgendwie... Mach mal zu hier. Mach mal zu. Mach mal zu. Da irgendwie was? Die Tür zu zu machen? Ne, geht nicht. Das hatte ich schon probiert. Sie geht nicht zu. Ich kann nicht in den Raum ganz rein und die Tür zu machen. Oder? Doch, jetzt. Und jetzt? Ne, das ist nicht der Weg. Hier ist der. Vorher war auch hier ein Lichtschalter oder so, ne? Ah, guck dir mal die Suppe an. Das war doch vorher auch nicht da. Das ist doch ein Finger, der da drauf liegt, oder? Das sieht aus wie ein Finger. Ja, cool. Guten Appetit. Dann bleibe ich doch lieber bei Salat. Kann ich hier noch was machen? Nein. So, das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwie ranpirschen. Jetzt haben wir hier natürlich völlig im Dunkeln. Da hinten ist Licht. Wir haben uns jetzt hier... Warte mal. Ah, hier, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier? Aber hier ist noch nichts, ne? Warte mal. Hier, da komme ich nicht rein. Und auf der anderen Seite komme ich auch nicht rein. Also wir müssen bei dem Kind bleiben. Ja, ich sag schon Kind. Ja, er macht immer noch was noch mit den Augen. Das macht mich fickerig. Sowas macht mich wirklich fickerig. Ähm. Hier muss jetzt irgendwie was sein. Kann ich irgendwie was machen im Dunkeln oder sowas? Nein. Oh, von den Augen will ich heute Nacht noch träumen, wenn das so weitergeht. So, was haben wir hier noch? Oh, so eine blöde Fliege hier. Ey, verpiss dich. Sterb lieber. Ähm. So, was machen wir jetzt? Hier komme ich nicht rein. Wir sind jetzt im Dunkeln. Nee. Das ist hier schon irgendwie der Raum, der für uns irgendwie was Wichtiges verbirgt. Vielleicht das Schloss jetzt unten? Da hatten wir ja vorher ja noch keine Bedeutung. Ach, guck mal. Jetzt kommen die beiden Räder dort rein. Ja, cool. Das waren die Räder vom Schloss. Wäre ich nie drauf gekommen. So, irgendwie mal. Jetzt muss ich die drehen, ne? Garantiert, wa? Nee, doch nicht. Nochmal ran. Und jetzt? Kann ich ja irgendwie was drehen oder so? Nein, kann ich nicht. Irgendwas mit der 1 oder sowas? Auch nicht. Ah, aber hier. Ich kann. Ah, ja. Okay. Warte mal. Hilfe. Wir machen erstmal zurück. Wie kriege ich das jetzt zurück auf 0? Erstmal alles. Warte mal. Wie habe ich das in ihm gemacht? Warte mal. Ich bin so. Also hoch runter. Also W ist hoch. R ist runter. Und A ist so sind wir wieder auf 0, ne? Sieht zumindest nach einer 0 aus, oder so. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Zahlenkombinationen finden, oder so. Oh, das ist ja genau das, was ich perfekt kann, ne? Ähm. Das ist ja richtig krass, weil wir, wo könnte jetzt sich die Zahlenkombinationen, ne, bloß nichts verstellen. Da geht schon die Tür. So sieht das am besten aus. Und jetzt? Zahlen in Verbindung mit Farben. Zahlen in Verbindung mit Farben. Ja. Gelb. Auf irgendein Bild? Fragezeichen? Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal. Wie komme ich jetzt? Erstmal muss ich jetzt wieder hier Licht, oder sowas. Ah. Was ist jetzt hier passiert? Jetzt bin ich. Wo ist denn jetzt mein Game? Wie komme ich? Da ist was geflogen. Wo ist denn das jetzt her? Was ist denn da jetzt passiert? Ich kann aber auch nichts machen. Lichtschalter. Erstmal Licht. Ach. Licht an. Wo ist das denn jetzt eben hergekommen? Das Grüne. Das war nicht gut, ne? Das war nicht echt, wie der eben stand. Dann haben wir den Hayopi, der zu mir guckt. Kann ich irgendwas im Spiegel? Ah, guck mal. Da haben wir was. Schau mal im Spiegel. Da. Warum mache ich das denn jetzt? Was bedeutet das denn? Da. Ähm. Das ist das Zeichen für blau. Da muss ein Dings sein. Blau. Und dann müssen wir das Zeichen irgendwie finden. So mal nach oben. Nach unten. Nach oben. Und jetzt. Hä? Wie sah das Zeichen denn eben aus? Ne. Das ist es nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich weiß jetzt. Also zumindest weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Also. Das ist jetzt so. Sieht aus wie. Ja. Keine Ahnung. Wie. Zwei Beine. Äh. Kleidchen. Und. Zacken nach oben. Und jetzt. Müssen wir. Da nochmal gucken. Ich hab da aber nichts gesehen. Was so aussah. Das auch nicht. Das hier. Genau. Blau haben wir. Blau haben wir gefunden. Ey man. So wie komme ich jetzt hier wieder weg? So jetzt müssen wir noch die anderen finden. Ja guck mich nicht so. An. Da ist aber jetzt in den Spiegel ist nur einer. So das heißt das ist garantiert in anderen Räumen verteilt. Wir können mal ein Licht ausmachen. Aber. Nochmal. Hier war das jetzt. Wo habe ich das eben gesehen gehabt? Achso im Spiegel. Genau. Genau. Dadurch dass ich in den Spiegel reingeschaut habe. Habe ich das gesehen. Okay. Äh. Das Grüne war im Dunkeln. Okay. Grüne im Dunkeln. Nein. Ah guck mal da unten. Da. Ähm. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ah guck mal. Warte mal. Äh. Grün. Das ist mit diesen. Ähm. Wie nennt sich das? Äh. Oben unten offen. Also so kreismäßig. Und. Jetzt gehen wir auf Grün rüber. Das war zu weit. Und jetzt müssen wir gucken. Warten. Ne. Ist das jetzt hier das? Ne. Das hier ne? Das hier würde ich sagen. Könnte das Grüne sein. Oder? Das würde ich sagen. Ist jetzt das Grüne. Äh. Ist da noch ein anderes. Was besser passt? Ne. Ich würde sagen. Das ist das hier. So. Das heißt. Wir brauchen jetzt noch. Ja. Ja. Ich bin der Meinung. Das ist das. So. Es fehlt uns noch. Grün. Wir haben noch zwei Farben. Einmal gelb. Und einmal. So. Jetzt ist die Frage. Ist das alles hier im Raum? Dann machen wir doch einfach mal. Das Licht aus. So. So. Da leuchtet es grün. Ops. Lichtschalter. Das war keine gute Idee. Ähm. Wir machen mal die Tür auf. So. Jetzt gehen wir mal hier in die nächsten Räume rein. Könnte jetzt das hier noch irgendwo sein. Was. Ich komme immer wieder zurück zu dem Raum. Als ob das da in dem Raum. Nur dort die Anfrage. Ja. Decke. Ne. Da war eben was Rotes. Wollen wir mal. Ähm. Das ist rot. Ist so. Ja. Ich sag mal. So ein Dreieck mäßig. So. Das heißt also. Das Rote haben wir jetzt auch. So. Jetzt fehlt noch das Gelbe dann. Na. Jetzt müssen wir mal gucken. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das hier. Jetzt brauchen wir auch gelb. Also wir haben an der Decke das jetzt hier gefunden. Da muss auch noch was hier sein. Wo kann jetzt das Gelbe sich verbergen? Hier irgendwie drin oder so? Hier auch nicht weiter. Ne. Da haben wir nur ein. So. Da haben wir das. Blau. Rot. Das Grün war unterm Bett. Jetzt brauchen wir noch das Gelbe. Wo könnte jetzt das Gelbe sich versteckt haben? Tür vielleicht zumachen. Grün. Das Gelbe ist garantiert ja dann auch hier in dem Raum. Vielleicht auf dem Boden irgendwie? Hier unterm Tisch oder so? Wir machen nochmal das Licht aus. Muss ja irgendwo sein. Das ist aber krass. Oder du probierst einfach durch. Ja. Das wäre natürlich jetzt auch eine Variante. Ey. Warum seid ihr eigentlich alle so schlau, Mann? Licht. Ja. War einfach eine coole Idee, ne? Muss man ja jetzt sagen. Wir probieren es jetzt einfach durch. So. Dann. Ja. Ja. Ah ja. Jo. McEnterprise. Ne? Groß geht raus. Ähm. Ja. Das war sehr gut gedacht. Da muss ich natürlich mir jetzt die Frage stellen. Wie denke ich eigentlich? Hm. So. Da ist jetzt was drinnen, ne? Dafür haben wir das aufgemacht. Ah, das ist eine Taschenlampe, ne? Aber die kann ich nicht nehmen. Ne, das ist keine Taschenlampe. Was ist denn das? Warum kann ich das jetzt? Wir haben das aufgemacht, aber ich kann es nicht nehmen. Mal Licht ausmachen. Ja, das hat damit nichts zu tun. Kann ich das hier irgendwie? Hapsassa. Was ist das denn jetzt hier für ne? Achso, das ist das Gelb gewesen, ne? Gut. Hätte man... Aber... Nochmal. Ne, kann ich... Kann ich nicht nehmen. Und jetzt? Jetzt hat er das F... Hat ein bisschen gedauert, bis ich das mit den Dings hinbekommen hab. Okay. Jetzt haben wir aber zumindest eine Taschenlampe. Oh, hab ich mich eben... Ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das gelbe Symbol. Ja, das war in der Schublade, ne? Gut. Also hätte man auch drauf kommen können. Was ist das jetzt für ein Heini? Der sieht ja cool aus. Also das muss ich den Russen irgendwie, äh, 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 finde ich, die können keine Monster erschaffen. Die Monster sind immer irgendwie so, keine Ahnung, so, 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 nach ein erstarrter Zombie. Genau. Aber so richtig coole Monster habe ich bis jetzt noch in kaum ein Indie-Game richtig gesehen. So, dass ich da... Also, doch, es gibt schon einige, aber, ähm, also in den meisten halt nicht. Genau. So, was haben wir jetzt hier? Komme ich jetzt hier einen Schritt weiter? Ja, cool. Die Tür öffnet sich schon so einladend. F. Soll ich jetzt F drücken, oder? Ha, ha, ha. Na? Ja. Okay, F. Wollen wir mal nochmal? Ich hör keinen Stimmen, oder sowas. Totale Darkness. Nein, hör ich auch nicht. Boah, ich hör keine Stimmen. Jedenfalls noch nicht. Okay. Nochmal F irgendwie. Okay. Was ist das denn jetzt? Als ob ich rausgehen soll, ne? Ey, wir haben nur noch den Wasser und so einen Wecker. Na toll. Guck mal, hier ist alles vollgelaufen mit Blut. Da haben wir... Da ist unser Liebling. Im Spiegel ist nichts, oder so. Na, nicht. Was bin ich das? Aber ich hab mich immer ganz gut verändert, ne? Kann das sein? Ich sah schon mal so frischer aus, ne? Ja, ich sah vorher frisch aus. Jetzt seh ich aus wie... Äh... Zombie. Genau. Und du hast auch so richtig rot unterlaufende Augen bekommen. Bist auch nicht mehr so das Schöne. Aber die Augen bewegen sich zumindest jetzt nicht mehr. Oder? Naja. Vorher sind die immer so schön mitgegangen. So, hier waren wir eben drinnen. Das heißt, den Raum haben wir auch. Oh, ich krieg aufsteigende Hitze hier. Ähm, ja. Sysroms... Sysroms Dings. Und dann war das... Keine Ahnung. Compase oder irgendwie so. Äh... Äh... What? Aber hier war doch von... Bilder auf dem Fensterrahmen, ne? Lass uns mal schnell in die... Ja, ist immer noch zu. Kann ich hier nicht Licht wieder anmachen? Ach, krass. Was mach ich denn jetzt? Hier war doch noch dieser kleine Raum, ne? Diese Abstellkammer, ne? Mach mal auf. Klos. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Wir müssen also noch einen Schlüssel finden. Das hört sich, als ob das hinter der Wand ist, ne? Na, erstmal hier die Tür zumachen. Guck mal, das Bild hat sich auch verändert. Das sah vorher auch anders aus. Hier verändern sich jetzt überall Sachen. Kühlschrank ist gleich geblieben. Irgendwo muss ja noch was sein. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Menschliches Ohr auf der Pizza. Na, na toll. Na, okay. Vielleicht sollte es auch keine Pizza sein. Ähm. Und jetzt... Und jetzt... Ich kann nichts sehen. Ey. Was ist jetzt? Da ist irgendwie was. Ein weißer Punkt. Ja, cool. Ja, vielleicht soll ich F wieder anmachen. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich will nach Hause. Was ist jetzt hier? Hier war auch ein Lichtschalter. Come on. Dann passiert gar nichts. Das ist Ja, so, ja nicht, ja nicht Ach, wenn man jetzt im Dunkeln ist, dann hört man die Geräusche Man muss also das Licht ausschalten, damit man Oh, wir lassen das Licht an Ich bin doch nicht lebensmied Und der Heini, der ist immer noch Eigentlich können wir die Tür ja eigentlich schon mal Nee, da haben wir keine Tür, ne? So Es ist alles hier tot Es ist alles hier tot Ah, du bist Ah So, was machen wir denn jetzt? Kadaver Kopse gleich Kadaver Kadaver waren aber nur in der Küche, ne? Ja, es ist ja hier auch ein Kadaver oder so, ne? Hier haben wir doch sowas Ja, super Vielleicht soll ich doch irgendwie besser mir ein anderes Spiel gönnen Ja, ähm Jetzt haben wir noch einen Topf, da haben wir noch nicht reingeguckt, ne? Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn da jetzt noch? Das ist auch nichts Also hier können wir erstmal nicht raus Das heißt, also rein theoretisch gesehen könnten wir die Tür auch zumachen Aber dann brauche ich das erstmal nicht sehen So, Punkt Ähm Dann haben wir hier Die Tür ist Ist wieder offen Ist vergittert Ja, das ist normal Ich habe das Licht eben nicht ausgemacht So Oh, der Typ hier nervt Das bin ich jetzt Ja, coole Sache Ähm Ja Ähm Da müssen wir gleich noch ein bisschen gucken, ne? Auch er hat sich jetzt verändert Auch er hat sich jetzt verändert Ich habe nur noch ein bisschen geämpft Da ist ja noch ein bisschen wasser Ich kann mich nicht Ja, ich kann mich jetzt... Aber ich kann mich jetzt vielleicht noch ein bisschen sprechen Oder ich kann mich jetzt auf die Tür Und ich kann mich jetzt auf der Tür Ich kann mich nicht nennen Und ich kann mich jetzt auf dem ich weiß nicht wie ich reagieren würde wenn ich jetzt auf so eine leichter stoßen würde so was können wir jetzt hier noch machen haben wir hier noch eine schublade irgendwie die wir öffnen können also das ist ein spiegel hier können wir auch nichts machen das ist ja alles an oder und die hauptsicherung kommen wir ja nicht rein machen wir jetzt eine lichttherapie oder wie he doesn't like light hilft uns jetzt aber auch nicht irgendwie weiter habe ich hier noch irgendwie was zum reparieren oder sowas gebraucht ich habe das gefühl unser licht weg geht langsam zu ende ist groß und jetzt das ist jetzt so richtig licht aus komplett aus meinst du ich weiß nicht ich will licht aus die geräusche kommen von da hinten ich will jetzt mal hier die Tür zu ich würde jetzt sagen ja dann lassen wir noch mal einen umblick das licht aus ne warte mal ab das ist ich weiß nicht Oh. Und jetzt einfach mal warten. Und jetzt einfach mal. Was ist das denn? Eins plus Auge plus Gleichschlüssel. Warte mal. Oder soll es eine Zigarette sein? Nee, kann ich dich in die Hand nehmen? Da oben. Kann ich da irgendwie rauf oder so? Was ist das denn jetzt für ein Rätsel? Eins plus Auge. Finger plus Auge plus Zähne. Gleichschlüssel. Okay. Ähm, Finger. So, jetzt das Auge von ihm hier nehmen oder wie läuft das? Nee, den geben wir nicht. Auge. Äh, meint ihr jetzt das Auge aus der Küche? Da hatten wir noch ein Auge gehabt, oder nicht? Auf der Suppe oder so, ne? So, Finger haben wir. Da unten haben wir irgendwie. Das ist Ohr. So, so ein Finger haben wir schon mal. Nochmal. Da haben wir ein... Nee, das kann ich aber nicht. Oh, die Fliege ist hier echt nervig. Ähm. Sag mal. So, Finger plus Auge. Wo kriege ich denn jetzt das Auge her? Hatten wir irgendwo separat noch ein anderes Auge gehabt? Oder muss ich das Auge jetzt hier nehmen? Das kriege ich nicht raus. Oder? Nee. So, wir brauchen noch ein Auge. Also Finger hatten wir ja eben schon. Wo könnte jetzt noch ein anderes Auge sein? Boah, das ist jetzt eine Kette hier. Hat der hier noch ein Auge? Ihhh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ah. Die hat mir eben die Zange angezeigt, ne? Oh. Oh, die Zange ist im Wohnzimmer. Im Schrank. Ähm. Die war hier. Jetzt muss ich zu ihm oder was? Oder kann ich das jetzt hier? Nee. Nee. Also. Muss der andere Typ das sein. Wo waren die jetzt? Hab ich jetzt? So. Zähne haben wir schon mal. Und es fehlt noch ein Auge, ne? Kann das sein, dass das Auge jetzt gemeint wird vom Kind? Ja. Gehen wir da nochmal hin. Oder? Eigentlich müsste doch das hier... Das ist doch ein Auge. Äh. Brauchst du die Zange für die Zähne? Ja, die hab ich schon. Vielleicht die Puppe. Ja. Zähne hab ich. Aber hier. Uns fehlt noch ein Auge. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ein Auge herbekomme. Ähm. War sonst noch irgendwo mal. Aber in der Küche hatten wir ja... Da war noch ein Ohr. Aber da war kein Auge. Hm. Nochmal Küche. Ohr. Nee, da ist kein Auge drauf. Da ist kein Auge drauf. Da ist kein Auge drauf. Arbeitskammer. Oder war ich da noch nehmen? Eine Arbeitskammer. Arbeitskammer war doch hier, ne? Arbeitskammer. Das ist immer noch verschlossen. Ist auch kein Auge. Ich denke mal, das Auge müsste eigentlich aus dem... Weil hier ist ja ein Auge. Na, wie krieg ich das da raus? So. Auge plus... Finger haben wir. Zähne haben wir. Hier ist alles fest. Da kommen wir niemals rein. Hast du vielleicht noch ein Auge für mich oder sowas? Nee. Da ist nichts. Haben wir vielleicht hier war noch was irgendwo? Dass hier noch irgendwie ein Auge rumschwimmt oder so. Nee. Auch nicht. Das ist aber... Wo kriege ich jetzt ein Auge her? Was ist denn jetzt los? Ja. Jetzt bin ich benommen oder was? Wieso komme ich jetzt da nicht rein? Doch, ich bin drin. Aber ich kann jetzt hier nichts machen. Ich muss hier raus. Probieren wir es hier nochmal rein. Nee, ich komme hier nicht rein. Aber der rum ist für mich gesperrt. Diese Fliege, die nervt. Die fliegt hier immer rum. Direkt zu meinem Mikrofon. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte hier die Fliege eben killen. Jetzt habe ich hier einen Dings, ne? Ah, jetzt muss ich aber raus. Sonst wird mir schwindelig. Merkt das schon. So. Ich habe hier immer noch nicht das Dings. Ah, ihr wisst, es ist hier draußen auch blutig. Alter, das ist ja krass. Wird jetzt hier alles blutig, habe ich so das Gefühl. Ah, nee. Licht nochmal anlassen. Irgendwo muss auch noch ein Auge rumflitzen. Ein Auge, bitte. Da unten ist echt nichts Augentechnisches. Warum können die nicht ein Ohr nehmen? Das hätte ich jetzt. Das hilft uns alles nicht weiter. So, also hier haben wir schon mal kein Auge. Hier ist das jetzt auch rot unterlaufen. Hier haben wir auch keine Augen drin. Don't like light. Okay. Die haben alle keine Augen, ne? War das vorhin auch schon so? Nee. Das war vorhin noch nicht so. So, hier nochmal rein. Du musst mir dein Auge irgendwie geben. Ne, kriegen wir aber nicht. So, wir haben hier die Seite. Die andere Seite kriegen wir nicht hoch. Nein. Ey, das ist natürlich ein Schlafgut. Ja. Lass aber noch nie bei. Ja, dann schlaf gut, ne? Ist das schon wieder so spät? Ja, gerade 1.20 Uhr. Geht noch. Also ich muss noch nicht schlafen. Wie funktioniert das jetzt? Hat der Typ vielleicht noch ein Auge irgendwie für uns oder so? Gib mir noch dein Auge. Zahn hast du mir ja gegeben. Liegt hier auch kein Auge irgendwie noch rum oder so? Nee, ne? Und hier kommen wir nicht rein. Wie ist das, wenn wir das Licht ausmachen? Da passiert nichts. Vielleicht noch eine Idee oder sowas? Wo wir jetzt ein Auge her... Also wir haben jetzt im Prinzip alles bis auf das Auge, ne? Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Zähne haben wir Auge Wir haben irgendwie ein Auge übersehen Aber hier wird nichts sein So in diesen Raum kommen wir nicht rein Doch jetzt ja Da kann man nicht rein Da ist nichts was uns jetzt irgendwie hilft So hier waren wir auch schon Das ist das Bad Das ist auch letztlich gesehen Nichts was wir gebrauchen können Auch kein Auge Das ist der Typ Der Sehe ich jetzt gerade Rote Schuhe Rote Shorts Weißes T-Shirt Der vermisst wurde Unten Im Treppenhaus Also wo das da stand Dass jemand Vermisst wurde Das ist er So aber wir haben hier auch nichts weiter Wo könnte jetzt das Auge noch sein? Normalerweise ist ja das hier Aber Auge Gleichschüssel Wo finde ich jetzt noch ein Auge? Wir haben alles gefunden Okay Überlegen wir mal Wenn das jetzt Ein Auge wäre Was jetzt nicht Hier ist Da kann ich picken wie ich möchte Da finde ich überhaupt nichts Hier lässt sich auch nichts öffnen Oder sonst was Denkt mal Wir müssen irgendwo hier In den Raum kommen wir nicht rein Hier Das ist unser Problem Wo die Ketten sind Da müssen wir rein Aber ich weiß jetzt nicht wie Das ist mein Problem Ich weiß jetzt echt nicht wie Wie ich jetzt da reinkommen soll Keine Ahnung Man hört auch keine Geräusche mehr Da ist auch nichts So den Raum haben wir Den Raum haben wir Hier Decke ist auch nichts So wenn wir jetzt hier Weiter gehen Haben wir einmal hier Jetzt hat sich irgendwie was getan Wir haben plötzlich Musik Da ist nichts Das ist nichts Das ist nichts Das ist nichts Die Leiche habe ich mir so bewegt Ich bin so wie ich eben raufgegangen bin Also einfach nur so angezoomt Also so Wenn du jetzt hier an dieses Bild gehst So ran Dieses Randzoom habe ich gemacht Mehr nicht Und dann kam Und dann wurde die Zange angezeigt Keine Ahnung Also ich bin momentan ein wenig ratlos Was haben wir hier oben Da könnte der Schlüssel reinpassen Das habe ich eben auch erst entdeckt Zumindest könnte hier was passieren Also wir brauchen schon mal zwei Schlüssel Das steht fest Einmal für hier in diesen Raum Jetzt kommt dieser kleine Schrank da Und jetzt da über der Tür Dieses Hochschrank Oder wie man sowas Sideboard Irgendwo Wir brauchen ein Auge Auge, Auge, Auge Ach ja Ich weiß es momentan nicht Wo könnte ich jetzt ein Auge noch finden Das passiert aber auch nichts Auf den Stuhl Wo die Schriften Und jetzt muss Ist ein Schlüssel Wollen wir Auf den Stuhl Da kommen wir aber nicht rein In den Raum Der Stuhl ist weg Wir kommen nur hier so rein Und das war es Das ist der Raum Wo der Stuhl Und die Sprüche An der Wende waren Die ganzen Wände Sind jetzt sauber Und wir kommen da nicht mehr rein Wo ist denn jetzt der Ausgang Jetzt komme ich da nicht mehr rein ежд mal raus Oder was Hä Bin ich jetzt im Raum gefangen oder was? Vielleicht komme ich jetzt hier wieder raus. Ah, jetzt... Ah! Da ist jetzt der Stuhl. Da ist jetzt auch der Schlüssel. Wie habe ich das denn jetzt eben gemacht? Ich bin einfach blind gegangen, ne? Und jetzt sind ja auch hier wieder die Schriften. Das ist krass. Ja, ne? Gruß geht raus. Dann können wir jetzt hier... Nee. Yes. Das ist aber nicht der Schlüssel. Das ist die Erschlüssel. Ja, super. Hab ich mich immer schon... Ich war zwar ja noch nicht mal schön. Licht. Das ist der nächste Raum, ne? Oh, oh, oh. Da sitzt er noch auf dem Bett, ne? Das hört sich gar nicht gut an. Ich bin voll Blut unterlaufen. Was mache ich jetzt mit dem Kleinen? Und jetzt? Also ich bin bei der Stimme, aber ich weiß jetzt nicht, was ich... Ah! Wir haben jetzt das Auge. Hier. Er ist stark in der Nacht. Wenn man die ganze Raum aufbauen kann, wird es wacher werden. Das ist die Klinik für die Klinik. Und jetzt? Wir haben kein Feuer für die Candle. Ich habe heute gerade Feuerzeuge gekauft. Wo finde ich denn jetzt Feuerzeuge? Wo können jetzt die Feuerzeuge sein? Gucken wir hier nochmal. Das ist kein Feuerzeug. Okay. Brauchen wir jetzt die Feuerzeuge noch oder? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich die mitnehmen? Nein. Aber ich kann schon mal hier raus. Ach du große Grüne. Was ist das denn jetzt? Das sieht hier alles lustig aus. Das ganze Haus ist ja irgendwie, ne? Das sieht ja auch cool aus. Gut. Zwischen uns ist ein Gitter. Ähm. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Aber da ging das nach unten, ne? Hier kommen wir auch nicht weiter. A game? Try a game. Was heißt das denn jetzt? Bin ich gestorben oder was? Try a game. Hier kommen wir immer, you need listen. Wir sind jetzt im fünften Stock. Wir kommen hier nicht weiter runter, oder? Wir kommen hier nicht weiter runter, oder? Try a game. Oh Gott. Brauchen wir ein Feuerzeug? Ja, geh mal auf. Geh mal nur nochmal auf ihn zu. Du meinst, zu diesen Typen da? Ich weiß aber gar nicht, wie ich zu dem hinkomme mehr. Ja, das ist das Problem. Der guckt zu mir. Ey, der ist auch so nahe. Der hat eine Axt. Das sieht einfach gefährlich aus. Und was soll ich jetzt mit dem machen? Der ist cool, ich zu ihm. Cool. Aber der hat auch kein Feuerzeug. Der hat gar nichts. Außer solche Schnittwunden. Das ist ja irgendwie noch ein Feuerzeug oder sowas. 3er Game steht. Nein. Wie ist alles, was hier bei dem 3er Game steht? Okay, das heißt, wir müssen hier. Das war, ich muss hier jetzt eigentlich. Okay. You need to try to listen. Try a game. You need to listen. Ja, aber was soll ich mir denn anhören? Nein. So, und was mache ich jetzt? Okay. You need to listen. Also, wir wenden. Okay. 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 Ja, if you are a sound, never go there. Okay, da soll man nicht hingehen. Kann man nur in die eine Richtung gehen. Also der Sound kommt von Licht aus. Und jetzt. Müssen wir vielleicht runter gehen? Er dreht seinen ganzen Kopf zu uns. So, da soll man nicht hingehen, wo der Sound herkommt. So, da soll man nicht hingehen. So, da soll man nicht hingehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir waren da eben drin. Wir können ja auch die Achse oder sowas nicht irgendwie wegnehmen. Ja, aber das Problem ist, ich höre also letztlich gesehen so einen Dauerton, so einen Sound. Und dann ab und zu diese Tacker-Geräusche. Und ich komme auch nicht. Der hat auch kein Feuerzeug oder so, ne? Fünf. Hier ist ne Treppe. Muss ich vielleicht runterlaufen? Drei Game. Hmm. 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 Wir sind ja. Wir sind ja schon da rein. Irgendwas mit den Typen hier. also also der Hinweis ist jetzt schon so massiv, dass wir da nicht mehr entlang laufen das muss also hier irgendwie was sein aber was irgendwas hier mit diesem er sagt also wir brauchen jetzt nicht nochmal da entlang laufen laufen dann müssen wir es Wie sind wir das jetzt hier? Hier waren wir scheinbar noch nicht. Na, haben wir einen Weg gefunden? Na toll. Dann sind wir wieder da, wo wir waren. Dann sind wir wieder da, wo wir waren. Dann sind wir wieder da, wo wir waren. muss irgendwas mit den typen zu tun haben also ich kann es momentan nicht sagen muss noch einen weg geben ja irgendwie ja das problem ist aber wir laufen wenn wir jetzt die türen da laufen oder hoch und runter wir kommen immer wieder in diesen gleichen raum wenn wir in den gleichen raum reinkommen dann sagt er uns schon dass wir uns schon tausend mal hier irgendwo bewegt haben ich kann hier aber auch nicht rein irgendwas was wir benutzen können also also wir müssen scheinbar nach oben irgendwie kann das sein guck mal er dreht seinen kopf nach uns so so Ich geh mal auf die Tür, neben den Typen. Ich mein's, ein Fahrstuhl hier. Und jetzt? Nein, die Tür rechts neben dem Fahrstuhl, okay. Passiert nichts. Kann ich auch nicht aufmachen oder so. Da kommen wir immer raus, wenn wir einmal rumlaufen. Also hier durch die andere Tür, dann kommen wir hier raus. Geh nach unten. Du meinst hier, ne? So, dann haben wir einmal die Tür. Wenn wir da durchgehen, kommen wir jetzt zurück. Wir haben einmal hier den Fahrstuhl. Hier kommen wir auch nicht rein. Da haben wir hier die Augen. Und da die Tür. Und vor der Tür stehen bleiben. Ich höre nur dieses Ping-Bong. Oder dieses doch... Also dieses komische Musik-Sound da. Aber nichts weiter. Wir sind jetzt im vierten. Hier ist die Treppe verschlossen. Ich gehe hier weiter. Hier hören wir jetzt Geräusche. Hier. Hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss wieder runter. Warte mal. Kann ich... Wenn ich jetzt hier zurück rede, bin ich wieder im fünften, ne? Richtig? Ja, ich bin wieder im fünften. So, das heißt, wir gehen hier wieder runter. Wir sind jetzt im fünften. Wir gehen jetzt hier her. So, ich bin jetzt hier, wo der Fahrstuhl ist. Vierter Stock. Öffne da jetzt die Tür. Guck mal, hier ist eine Hand. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Wo kommt die denn her? Das ist eine Hand. Krass. Du musst warten, bis die Geräusche weg sind. Das kann aber lange dauern, ne? Ja. Ja. Ich warte immer noch, ne? Also vor der Tür. Ja. Das sind die Geräusche. Okay. Ich warte immer noch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Die meinst du, ne? Die sind sie weg. Ja, es ist weg, der Sound. Ja, es fängt wieder an. Oder ist das so, dass das nur in einem ganz kurzen Zeitraum so eine Art Entry ist oder so? Ja, es ist weg. 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 Ja, wir müssen wieder runter, ne? Ja, wir laufen wieder runter. Er sagt, wir sind hier. Ja, es ist weg. Ja, es ist weg. Ja, es ist weg. Ja, es ist weg. Ja. Ja, es ist weg. Ja. Ja, es ist weg. 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 Ja. Ja. Ja, es ist weg. Ja. Ja, es ist weg. Ja, es ist weg. wieder runterlaufen wenn wir hier durch die tür gehen sind wir gleich wieder da wo wir waren so sagt auch schon das muss die tür ich verzweifle hier oder ist das hier irgendwie das hier irgendwie du need to listen okay wir sollen zuhören so wir sind wieder im vierten stock so da sagt er uns immer die tür da waren wir schon hier kommen wir nicht weiter so und hier haben wir die problematik ja hier das ist wieder unsere tür so wir gehen es da wieder rein das ist aber vor die tür stellen und dann okay du sagst jetzt hier und wenn wir nichts hören dann rennen ich zu der anderen tür oder können das einfach mal testen lässt sich gar nicht öffnen doch jetzt haben wir was krise krise wie soll man das denn rausfinden ernsthaft jetzt haben wir jetzt kommen sie gleich wieder bei der anderen tür nein treue game nein nein also hier wieder also ich dachte ich bin jetzt einen schritt weiter aber arschkarte also hier wieder runter laufen hier gar nicht sondern wir laufen hier zu der tür wir gehen hier rein warten dass er es jetzt anfängt hier zu quaken so jetzt gehen wir hier so und jetzt dachten wir dass wir hier zu der tür gehen dürfen dürfen ja aber nicht sondern wir müssen jetzt hier hochlaufen richtig das sieht schon mal ganz gut aus und jetzt aber da war eine tür drinnen komme ich da rein ja 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 und jetzt das kann ich mir jetzt machen aber da das ist eine ist das ja nicht für hier sind wir im zweiten stock so jetzt hier die tür oder nach unten tür oder nach unten das ist jetzt die gute frage also wir können hier eine tür öffnen wir gehen nach unten nach unten müsste ja richtung 1 sein na nach unten okay hätte ich ja mich jetzt auch von das spiel das nicht mag wird es uns so oder so die schranken weisen so das geht jetzt hier weiter und jetzt sind wir beim eingang jetzt sind wir hier auf der straße wir kommen aber nicht weiter wir sind gefangen im haus das heißt wir müssen wieder rein er lässt uns nicht raus was ist das jetzt für eine heini ja guck mal was er hat ich will jetzt nichts sagen schnell nehmen und weg laufen oder was ja geht so ne ich wollte mir eigentlich mehr schocken aber es scheint zu klappen seit monaten nur indies jup und jetzt ich muss äh dings anmachen nee auch nicht ich kann gar nichts machen kann ich irgendwie was machen nö sagt nicht hier hat sich jetzt aufgehängt dann krieg ich ne krise so warte mal was müssen wir jetzt machen der muss auch irgendwie f für light oder so blockbuster ja äh was für blockbuster aber erstmal muss ich das jetzt hier erstmal in den griff kriegen dass ich hier wieder äh warte mal ich komm krieg das jetzt nicht gebacken dass er jetzt hier mir irgendwie ne bewegung oder licht macht ja für v v feuerzeug v wie so es v feuerzeug und nicht f ok gut yo ich sag gar nichts mehr ich sag echt gar nichts mehr ähm hier sind wir hier gelandet hier ist ne tür Das war dann da Denkt man, wir müssen wieder nach oben, ne? Und jetzt Es öffnet sich ne Tür Nein! Try a game Jetzt öffnet sich da was Muss ich jetzt mit ihm gemeinsam Fahrstuhl fahren, oder wie? Ey, der guckt mich an, ne? Ja Ich sag ja, die Russen haben irgendwie, wenn es so um Monster oder sowas geht, echt Die sind so scheiß immer aus Einfach nur hässlich Der ist voll hässlich Hässlich Oh, kann ich jetzt hier raus? Oh, come on jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020